Hallo Leute, da bin ich wieder Emeril 70 am Start mit Dragon Age und das war jetzt so schade. Ich wollte gerade hier rauslaufen und dann hat Shale Alistar angesprochen, dass er mich wohl mag. Witziges Gespräch, aber das war dann mittendrin. Hast du sie schon gehört? Es gibt immer so bestimmte Punkte, wo die sich unterhalten und ich hatte das wirklich vergessen, weil das sind wirklich witzige Sachen. Hier müsste ja normalerweise auch irgendwo noch ein Gespräch kommen. Wir wollten kurz ins Lager und dann kurz Geschenke verteilen, Sachen umpacken und dann wollten wir in die tiefen Wege gehen, oder? Irgendwie sowas war da. Schauen wir mal. Aber wir machen jetzt mal ganz fix eine Mini-Lagerrunde. Ich glaube, mit Reden muss ich mit Keimen. Hallo? Okay, gut. Zapzrap. Machen wir mal kurz hier. Wir haben immer noch 34 Stärke. Ich weiß nicht, ob das für... Ach genau, wir wollten unsere Dolche... Will ich denn jetzt dämlich? Verdammt, ich glaube mal, was wollte ich denn jetzt sagen? Unsere Dolche... Ah, hier. Runen, Runen, irgendwo. Was haben wir denn hier? Zauberresistenz. Wir können jeweils sechs Runen machen, oder? Dann nehmen wir mal Zauberresistenz einmal mit. Zweimal mit. Kälteschaden, Blitz. Schaden gegen Untote. Schaden gegen Untote. Oh. Körperliche Widerstandskraft. Gegen dunkle Brut nehmen wir mit. Verlangsam nehmen wir mit. Körperlicher Widerstand. Wie viel haben wir jetzt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Brauchen wir noch eine? Ich gucke mal, ob... Wie heißt der denn? Ob Bodan noch eine Feuerruhne hat. Eine etwas bessere. Kann ich euch wirklich nicht für diesen Hut begeistern? Wie wäre es mit ein paar Ohrringen? Oder einem Käsemesser? Oh, ich brauche kein Käsemesser. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Weil dann können wir mich gleich hier bei Ihnen das noch verzaubern lassen. Unsere zwei Dolchen da. Zerab, 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 zerab. Bop, 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 bop. Ja, Herrgott, sag... Aha. So, jetzt gucken wir mal. Da, 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 da. Was hat er denn? Flammenhund des Gesellen. Ja, gibt er. Und jetzt gucken wir noch mal, ob er das Buch für Liliane hat. Der Gesang des Lichts. Duftseife. Kruppstock. Ne. Achso, hier. Verzauberung? Ja, bitte. Ich möchte was verzaubern lassen. Verzauberung? Da freut er sich, ne? Ist er nicht kluffig? So. Zauberresistenz. Schaden gegen dunkle Brut. Und Verlangsamung. Und hier mach mal den Rest rein. So. Ah, von Marix Klinge. Ausgerüstet von Alistair. Nein, das muss jetzt so gehen. Annehmen. Ups. Verzauberung? Äh, nein, vielen Dank. Bin jetzt aus Versehen da raufgekommen. Ah, das sieht doch schon ganz cool aus. Okay, ich mach ganz kurz ne Geschenkrunde. Razzi-fazzi. Ich hab hier ein bisschen was einstecken. So. Und mal eins. Alle Attribute. Zehn Konstitutionen. Was machst du? Nehmen wir mal den da. So, Alistair. Du kannst noch den plus ein auf ein. Das ist alle Attribute. Oh, Attribute haben. Das ist Beschränkung, Alistair. Du kriegst hier das Buch. Oh, wundervoll. Gut. Du kriegst das Bild. Wie unerwartet. Hab Dank. Kriegst du ein Kuchen. Ich danke euch. Was ist der? Es ist bei 39. Ich danke euch. Ich muss sie ein bisschen pushen hier. Ich danke euch. Ich danke euch. Sonst kriegen wir die in seine Quest nicht mehr. Dann ist das für Popo. Entschuldigung. Liliana. Für Liliana hab ich jetzt nix. Die Handschuhe hab ich jetzt ausgepackt, oder? Ah, hier. Was habt ihr da? Einen Spiegel? Er sieht genauso aus wie der Spiegel, den Flemeth vor langer Zeit am Boden zerschlagen hat. Es ist unglaublich, dass ihr einen gefunden habt, der ihm so ähnlich ist. Was soll ich sagen? Dafür wollt ihr doch sicher eine Gegenleistung. Ja, spinn doch nicht. Genau, sei nicht albern. Es ist ein Geschenk. Ihr sagt das, als sei es etwas völlig Normales. Ja, ist es auch. Aber ich habe noch nie ein Geschenk bekommen, für das ich nicht einen Preis bezahlen musste. Ich sollte mich wohl bei euch bedanken. Ja. Für das Geschenk. Das ist wirklich sehr aufmerksam von euch. So, bitteschön. Oh, 20. Das ist natürlich schon jetzt richtig gut. Das ist nicht schlecht. Ähm, wo stehe ich denn? So. Wir machen mal Zephrin noch. Haben wir mit Zephrin eigentlich schon mal geredet? Ich weiß es nicht. Wir machen mal hier schnell nach unten. Was haben wir hier? Das sind die Handschuhe für Zephrin. Die nehmen wir mit. Die Getränke nehmen wir nicht mit. Ah, hier. Buchs. Das nehmen wir mal mit. Mal gucken. Das machen wir dann nochmal in der Taverne. Wir müssen sowieso in die Taverne. So. Ja, rückwärts gangen. Schäl, du kriegst noch hier den Kling an. Sehr nett. Wirklich sehr nett. Ja. Ich weiß, dass ich nett bin. Morrigan. Ach, du kannst hier... Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Ja, bitteschön. Zephrin. Wo bist du denn? Hier. Handschuhe? Ihr gebt mir Handschuhe? Wozu? Äh. Ich dachte, die können dir gefallen. Ich wollte nicht undankbar erscheinen. Es ist nur... Moment. Sie sind Dalish, nicht wahr? Meine Mutter war eine Dalish und hatte ein ganz ähnliches Paar. Oh, wir haben mit ihm noch nicht geredet gehabt. Das Leder war dünner und sie hatten mehr Stickereien. Aber sonst sind diese hier sehr ähnlich und wirklich schön. Ah. Gern geschehen. Wirke ich überrascht? Vielleicht bin ich das auch. Dennoch weiß ich zu schätzen, dass ihr überhaupt an mich gedacht habt. Niemand hat mir je einfach so ein Geschenk gemacht. Kannst du mal sehen. Danke. Hatten wir mit ihm da noch nicht drüber geredet? Ich weiß es nicht mehr. Wenn er bloß elf als Zustimmung gibt, dann dürfte das noch nicht so... Das ist ein Plot. Wie ist er denn? Immer noch neutral. Oh, das wird schwierig mit Severin. Oh, wow, 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 wow. Oh, das dürfte sehr schwierig werden. Ähm. Was habe ich denn noch? Ich bin völlig verwirrt, wenn ich nicht weiß, ob ich mit irgendjemandem geredet habe. Hier, nimm mal das Buch der sterblichen Hülle. Danke. So. Ach, jetzt hat er die Handschuhe angezogen. Alistar, ja, der Helm ist ja nutzlos für Alistar. Er könnte jetzt Kaylen's Schild nehmen, aber das andere ist einfach viel, viel besser. Und hier... 100% Ausdauer. Aber du kriegst jetzt mal das Schwert. Du könntest... Ach, du lässt die Wächterfest... Wächterrüstung an. Halt, Liliana. Hier nimm ein Andrastes Segen. Ah, wir hatten das schon. Winn geben wir noch was zu trinken. Hier. Oh, wundervoll. Schnuppel dir mal ein Wein. Aber ich glaube, mit Winn müssen wir jetzt mal noch reden. Mit der haben wir, glaube ich, noch nie geredet, oder? Ihr findet einander wohl sehr anziehend, nicht wahr? Hä? Äh. Äh. Ich hab doch noch gar nichts mit Alistar, oder? Oh, scheiße. Seine kuhäugigen Blicke sind kaum zu übersehen. Vor allem, wenn er sich unbeobachtet fühlt. Okay. Für meinen Geschmack ist es fast schon zu süß. Dabei bin ich eine alte Frau, die Herzchen aus Spitze klöppeln und Decken mit Tiermotiven stricken sollte. Nee, du bist nicht wie alt da. Nein. Und ich mache euch auch keine Söckchen mit Bummeln. Aber darum geht es mir gar nicht. Sondern? Mir fiel eure knospende Beziehung auf und ich wollte euch fragen, wo das eure Ansicht nach hinführen soll. Alistar ist ein guter Kerl, erfahren im Kampf. Aber genau das Gegenteil in Herzensangelegenheiten. Ich möchte nicht, dass ihm wehgetan wird. Ich wüsste noch nicht mal, dass wir eine Beziehung angefangen haben. Unterstellt ihr mir, dass ich Alistar wehtun könnte und was ist mit mir? Mir fällt euer... Wir gehen es langsam an. Ich bin völlig Jungfrau. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist. Ihr seid beide graue Wächter und er ist ein Königssohn. Ihr habt Pflichten, die wichtiger sind als eure persönlichen Wünsche. Ich komme mit meinen Pflichten und Beziehungen schon klar. Alistar will nicht König werden. Ich habe auch Gefühle... Könnt ihr auch meinen... Ja... Ich komme damit schon klar. Liebe ist letztlich immer eigennützig. Sie verlangt die Hingabe zu einer einzigen Person, die dein Verstand und Herz besetzt hält und alles andere ausschließt. Ein grauer Wächter kann sich das nicht erlauben. Wenn ihr entscheiden müsstet, ob ihr eure Liebe rettet oder alle anderen, was würdet ihr dann tun? Bei euch klingt das alles viel schlimmer. Ich will diese Entscheidung nicht treffen müssen. Was soll ich denn tun? Alistar sagen, dass er gehen soll? Haltet euch... Ich will diese Entscheidung nicht treffen. Nichts ist sicher. Schon gar nicht in Zeiten wie diesen. Ihr könnt nichts als selbstverständlich voraussetzen. Das sollte euch bewusst sein. Ich werde über eure Worte nachdenken. Soll ich jetzt etwa beenden, Alistar? Ich bin alt genug. Ich werde über deine Worte nachdenken, okay? Ich versuche nur den Schmerz, der euch erwarten könnte, so gering wie möglich zu halten. Ich habe euch meinen Rat gegeben. Alles andere liegt bei euch. Na prima. Das war ja jetzt nicht sehr prickelnd. Da kriege ich hier voll die Moraldinger. So, wie sieht unser Investar aus? Weil wir gehen ja jetzt in die tiefen Wege. Oh. Haben wir denn jemanden, der... Oh, ich habe das gar nicht gelernt. Wer hat denn hier so einen Scheiß gelernt? Wind. Mach mal. Wie ging denn das jetzt? Wie konnte man denn das jetzt herstellen? Ah, das kann ich, glaube ich, nicht... Ja, das, glaube ich, kann ich nicht im Lager machen. Ist das alles verwirrend. Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Nein, ihr solltet mir keinen Stuhl holen. Das packt man mal aus. Das packt man auch aus. Das packt man auch aus. Ja, sieht ganz gut aus. Dann würde ich sagen, ab wieder nach Osama. Und wir nehmen mit. Wir gehen in die tiefen Wege. Schon gut, schon gut. Ja, ja, überhaupt so. Äh. Alistair? Ja. 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 Ob ich mich da jetzt nicht noch... Ja, ich weiß nicht, ob die Zusammenstellung so passt. So. Osama. Jetzt können wir ja direkt nach Osama reisen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch. Da, Lovering ist schon ausgelöscht. Das haben wir alles schon mal... Oh, da ist auch noch eine Quest, die noch offen ist. Was denn jetzt? Ich bin doch gerade von da gekommen. Dunkle Brunnen. Ach, du grüne Leune. Schüss. Was ist das denn da? Halt auf, schlafen mich hier. Oh, nein. Hör auf, nein. Hallo. Oh, nein. Was ist denn hier los? Ich war da auch gar nicht vorbereitet. Aber alle? Lebt ihr noch? Eins, zwei, drei. Vier. Haben alle überlebt? Unser Stamm kämpft für euch, Wächter. Gott, auf das war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Ach, ich war jetzt völlig von der Rolle. Stan muss auch noch gelevelt werden. Das ging mir jetzt, aber das war jetzt ja... Soll ich euch einen Stuhl holen, damit ihr mir nicht länger im Nacken sitzen müsst? Nein, du hebst jetzt hier noch alles auf und dann gehen wir jetzt endlich wieder nach Orsame. Es ist gut, das sofort zu erledigen. Ich hab's vollen Schrecke kriegt. Hm. Der Kristall braucht kein Mensch, ne? So. Okay, können wir weiter? Aber selbstverständlich. Selbstverständlich. Das ist schön. Das freut mich. Ich bin völlig überrascht jetzt. Ich bin völlig irgendwie Banane. Wir müssen, was müssen wir machen? Wir müssen in die tiefen Wege gehen, oder? Irgendwie so war das. Ach, jetzt kann ich gar nicht in die Taverne gehen, weil ich ja Liliana nicht dabei hab. Mach hier mal das noch. Und du nimmst auch den Plünderer, weil dann kannst du dir selber aus den Leichen... Nehmen wir mal zurück. Wie sieht's denn da unten aus? Wie sehen wir das noch? So, ich hab auch noch einen Punkt. 37. Ah, weiter in die Klugheit. So. Ah, ja. Wir haben wieder Winn mit Hass und Eile hier. Bin ich jetzt... Ich bin völlig verwirrt jetzt. Ah, nee. Torneigelände. Das Torneigelände, das gucken wir uns jetzt schon schnell an. Die Kämpfe im Tornei werde ich jetzt nicht machen. Ist euch nicht kalt, Stan? Kalt? Das Wort kenne ich nicht. Wo ihr herkommt, ist es doch viel wärmer, oder nicht? Entschuldigung. Friert ihr denn nicht? Vermutlich schon. Wir werden wohl kaum einen Umhang in eurer Größe finden, oder? Hm. Was? Nichts. Nichts beachtet mich gar nicht. Wo könnte ich denn jetzt ein ordentliches Wollknäuel herbekommen? Das hab ich ja noch nie gehört, dieses Gespräch. Eieieiei. Äh, ups. So. Dann machen wir das jetzt hier noch schnell. Und in der nächsten Folge gehen wir dann, äh, äh, in die tiefen Wege. Hallo, Ladebildschirm. Hm. So. Und dann Schnitzerei. Was haben wir noch? Tornei-Zuschauer. Tornei-Zuschauer. Nein, uns geht's jetzt wirklich hier tatsächlich nur um... Das sind Leute, mit denen man zu tun hat, wenn man... Das müsste der letzte... Schon gut, schon gut. Ja, den Schlüssel zur Stadt. Ja, den Schlüssel zur Stadt. Wenn man für den anderen das macht, dann... Muss man hier, ähm... Hat man mit diesen ganzen Leuten zu tun. Aber... Das Torneigelände. Blutig und sportlich. Unterhaltung für die Massen. Vom Feinsten. Ja, das freut mich aber. So. Aber selbstverständlich. Dann... Ja, das sind alles so die Leute, mit denen man, wie gesagt, zu tun hat, wenn man die andere Quest macht. Ach, hier ist immer richtig. Hier. Ich einte, dass es riskant würde, sich mit der Halle der Bewahrer anzulegen. Kopfgeld für denjenigen, der den Recht hat. Nämmerliches Ding! Das wird ein Spaß! Nur jetzt für den... Da, komm! Komm rein! Den letzten nur noch. Lebt da noch einer? Du bist allledig! Das ist gut gegangen. Schon gut, schon gut. Ah, er hat das... Ach, genau, das war die Halle der Bewahrung. Das war das Ding. Das ging doch jetzt ratzifatzi, ne? Irgendwie so. Aber selbstverständlich. Der hat doch gar nichts. So, und du bist hier der Käufer, oder was? Ich habe damit nichts zu tun, Wächter. Rechtlich gesehen habe ich keinen Fehler begangen. Wir sind nicht im Geschäft. Außer ihr wollt ein paar Münzen verdienen. Wohl verstanden. Das soll kein Vorschlag sein, aber immerhin haltet ihr den Preis in euren Händen. Ist es euch einerlei? Ich habe einen Sammler an der Hand. Wer das Objekt letztlich verkauft, ist unerheblich. Eure Entscheidung. So pflege ich das immer zur Hand haben. Ne. Nein. Nun, ich werde mich bedeckt halten, bis ihr längst wieder fort seid. Wie wäre das? Ich bin nur ein Geschäftsmann. Ich nutze nur Gelegenheiten. Ich werde euch nicht in die Quere kommen. Okay. Gut. Dann hat sich das erledigt. So. Was wollten wir jetzt? In die tiefen Wege wollten wir gehen in der nächsten Folge. Da ich Liliana jetzt nicht dabei habe, gehen wir jetzt auch noch nicht in die Taverne. Weil das wäre jetzt, ich möchte das mit dem Buch mal ausprobieren. Weil das ist wirklich schön gemacht, diese Mod. Wenn sie da singt. Also wenn ich es hinkriege, ich weiß es nicht. Sie hat uns ja jetzt schon von den Hallen erzählt. Ich weiß auch noch nicht, warum ich keinen so nackt bekomme. Weil normalerweise kann man ihr ja auch so eine nackt zum Geschenk machen. Wo bleibt sie denn? So. Ich sage mal, danke fürs Zuschauen. Und dann beim nächsten Mal geht's auf in die tiefen Wege. Eure Emre. Bis zum nächsten Mal.